Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Fahrenheit. Ja, wir werden jetzt mal gucken, dass wir das geregelt kriegen. Ich habe gerade schon mal ein bisschen noch rum geguckt. Und zwar müssen wir nach Autorenliste gehen. Ich werde euch das jetzt nochmal zeigen, wie ich das meine. So, wir haben nämlich hier KW, nee, Kadas, keine Ahnung was. Auf jeden Fall haben wir, aber der Autor ist De Grutola. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche. So, De Grutola haben wir. Jetzt gehen wir hoch zur... Hallo, hallo, hallo. Lässt sich ein bisschen schwerer lenken als... So, da, 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 da. De Grutola. Alle Italiener lachen sich gerade kaputt. So, die Grutola ist 1776. So, da wir aber nicht wissen, wie die Regale hier durchnummeriert sind, gehen wir jetzt zu dem großen Buch. 1776. Und da ist es dann der zweite Stock ab 1700 bis 1800. Und da wir D brauchen, ist es also das weiße Regal. Also, der zweite Stock, weißes Regal. Und, ähm, ja, ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass es auch den zweiten Stock gibt. Der hätte ich mich ja dort suchen können. Okay, zweiter Stock. Hier haben wir weiß. War ja nicht noch irgendwo ein Bonus? Den nehmen wir natürlich mit. So, Opa, wenn das jetzt nicht der Triecht gebucht ist, ne? Okay, hier ist das Buch. Super, hey, da ist es ja. Danke, Kumpel. Was wollen Sie also über Ihr Buch wissen? Spinnig oder reden Sie plötzlich ganz normal? Ach, das. Das ist doch nur Show. Die Kunden lieben diese Klischees vom alten japanischen Weisen. Ich komm aus Brooklyn, Mann. Ich war noch nie weiter weg als, als Long Island. Ich bin amerikanischer als Sie, Mann. Ließe sich feststellen, wer das Buch verkauft hat? Nein, das Buch ist nicht wertvoll genug, als dass sich ein Verkäufer daran erinnern würde. Danke für die Hilfe. Kein Problem. Gern geschehen, Mann. Das war's? Toll. Das war alles? Agathes Haus. Oh. Es war ein kühler Morgen. Und ich war immer noch unterwegs. Zu Agathes Haus. Ich wusste nicht, was mich dort erwartete. Doch ich wusste nur... Da ist es ja. ...dass es hier ist. Kennt ihr diese... Wie heißen die? Norn-Filme oder sowas? Oder Noe... Nor... Filme, wo so ein Detektiv immer spricht? Das erinnert mich gerade daran. Ach joa. Ist hier jemand? Oh je. Sind das da... ...den Käfig mit Verkrämen? Ja. Hab schon freundlichere Haustiere gesehen. Ha. An sich sind sie ja freundlich, ne? Keiner zu Hause? Aber das ist gerade so strange, ne? Beschwör es nicht hinauf, Junge. Eine ausgestopfte Krähe. Huh. Eine ausgestopfte Eule. Äh... Okay. Wieso macht denn hier keiner die Tür auf, Kea? Huh. Kriegt Gänsehaut. Man kann auch ohne Augen sehen. Und nun, junger Mann, schieben Sie mich bitte rüber. In Gesellschaft der Vögel kann man sich besser unterhalten. Aber natürlich. Junge Dame. Junge Dame. Sie meint, das ist sicher hier, oder? Nein, ist es nicht hier? Ich will jetzt echt da hinten zu den Vögeln hin? Okay. Ach, mein Gott. Ich... Ich kann nicht... Vögel sind einmalige Tiere. Sie können ihr ganzes Leben in einem Käfig verbringen und trotzdem noch fröhlich singen. Was führt Sie her, junger Mann? Sagen Sie, wie sieht Ihr Käfig aus? Ich habe jemanden umgebracht. Es war, als wäre ich besessen. Ich sah, wie ich es tat, ohne mein Handeln kontrollieren zu können. Klingt eher wie eine einfältige Ausrede. Glauben Sie nicht, Sie sind in Wahrheit einfach nur verrückt geworden? Seit jenem Abend fühle ich mich so verloren. Ich hoffte, Sie könnten mir eine Antwort geben. Aber wie sollten Sie schon wissen können, was mir widerfahren ist? Im Schrank liegt ein Säckchen mit Samen. Seien Sie so nett. Füttern Sie bitte meine kleinen Lieblinge. Ist ja auch noch der Vogelfütterer vom Dienst, oder was? Ich hoffe, dass mein Hund da nie wach wird. Das ist keiner drin. Aber ich habe kein Futter mehr. Haben Sie eine Vermutung, was den Kontrollverlust ausgelöst haben könnte? Vielleicht ein Getränk? Ein besonderer Ton oder ein Bild? Irgendwas Ungewöhnliches? Nicht, dass ich wüsste. Ehrlich gesagt erinnere ich mich ab dem Betreten des Restaurants bis zu dem Moment, wo ich wieder zu mir kam, an nichts. Sind Ihnen seitdem vielleicht noch andere seltsame Dinge passiert? Sonderbare Träume oder Visionen? Ja, ich sehe Dinge, als nehme die Wirklichkeit vor meinen Augen schreckliche Formen an. Können Sie Ihre Visionen mit irgendwas Konkretem in Verbindung bringen? Zum Beispiel einem Symbol oder Zeichen? Einem Wort? Als ich wieder Herr meiner Sinne war, nach der Tat, sah ich dieses Symbol in meine Arme geritzt. Eine Schlange. Zwei offene Münde. Oh mein Gott. Was heißt das? Es gibt nur einen Weg, dies zu deuten. Schnell, schieben Sie mich ins Wohnzimmer. Oh, Omi. Wechsel mal deine Masken hier, ey. Das ist ja unheimlich. In einem der Schränke finden Sie Kerzen. Stecken Sie sie in den Kerzenständer. In der Küche müssten Streichhölzer sein. Dann können Sie die Kerzen anzünden. Klar. Möchtest du denn sonst noch irgendetwas haben von mir? Ich habe erst eine. Hast du da vielleicht noch was drinnen? Klauen und Kreuz? Echt jetzt? Das ist das Badezimmer. Okay. Wieso hat sie denn keinen Spiegel über dem Waschbecken? Also ich habe hier nur eine Kerze gefunden, Mädel. Komm gleich wieder. Ganz komischer Flur. Mag ich überhaupt nicht. Wie hat sie sich denn Kaffee gemacht? Das würde ich ja gerne mal wissen. Wenn sie doch überall hingeschoben werden muss. Wer hat ihr Kaffee gemacht? Hä? Echt? Jetzt wird nur eine Kerze vielleicht? Wie ich da oben hinkomme, weiß ich nicht. Ich habe die Kerzen. Oh, ich Vogel. Toll. Ich dachte, ich muss mich an jedes Ding einzeln hinstellen. Ich habe gedacht, wenn ich mich an ein Ding hinstelle, packt er alle drei gleichzeitig da rein. Kann ich sonst noch mal irgendwas behöflich sein? Vielleicht eine Suppe kochen oder so? Perfekt. Löschen Sie nun das Licht. Vorhänge zu. Wir sind bereit. Setzen Sie sich zu mir. Oh Gott. Muss das sein? Warum habe ich gerade Insidious Black Flash? Black Flash. Flashbacks. Oh, jetzt war ich bei meiner Serie. Scheiße. Ich gucke gerade, ähm, Black Sails. Und deswegen war ich jetzt gerade, ich bin gedanklich irgendwie gerade bei der Serie gewesen. Und, ähm, ja, deswegen wurde gerade aus Flashbacks, wurde gerade Backflash. Schön, sowas. Schön schön schön. Entschuldigung, was sagten Sie, soll ich tun? Licht aus. Vorhänge zu. Nun setzen Sie sich zu mir. Und das Licht vergessen, Junge. Um das Ganze zu verstehen, gibt's nur eins. Sie müssen tief in Ihr Unterbewusstsein eindringen. Wer immer es war, der Sie dazu zwang, diesen Mord zu begehen, hat sich aus Ihrem Gedächtnis gelöscht. Aber in Ihrem Unterbewusstsein muss er eine Spur hinterlassen haben. Sie können sie finden. Aber es bedarf einer anstrengenden Zeremonie, die nicht ganz so ungefährlich ist. Wollen Sie oder wollen Sie es nicht versuchen? Ich will es. Ihre Hände, bitte. Jetzt die Augen schließen. Lösen Sie sich von allem und öffnen Sie ganz weit die Tür zu Ihrem Unterbewusstsein. Lassen Sie mich eintreten. Genau so. Wir sind vereint. Lukas, sind Sie da? Ja. Kehren Sie zum Restaurant zurück, kurz bevor alles begann. Vergessen Sie alles Überflüssige und wandeln Sie beliebig durch Ihr Gedächtnis. Wo sind Sie, Lukas? Ich stehe vor dem Restaurant. Dann betreten Sie jetzt das Restaurant. Ich bin nun im Restaurant. Was sehen Sie? Ich sehe Gäste und die Bedienung. Sehen Sie den Tisch, an dem Sie saßen? Ich suche ihn. Da ist ein Polizist. Er sitzt an der Bar. Scheiße. Konzentrieren Sie sich. Jetzt gehen Sie an Ihren Tischen. Ich stehe neben dem Tisch, aber er ist leer. Haben Sie noch nicht an Ihrem Tisch gesessen? Doch, habe ich. Denn mein Essen steht bereits da. Ich glaube, zu der Zeit habe ich ihn umgebracht. Bewahren Sie die Ruhe, Lukas. Sagen Sie mir genau, wo Sie sich befinden. Im Toilettenraum. Der andere Mann auch. Was macht er? Er pinkelt. Er ist völlig ahnungslos. Und Sie, Lukas? Wo sind Sie? Keine Ahnung. Ich sehe mich nicht. Da bin ich. Ich war in einer Toilettenkabine. Oh mein Gott. Ich habe ein Messer. Er sieht mich nicht. Immer ruhig bleiben, Lukas. Schön konzentrieren. Hä? Ich kann meine Beine nicht kontrollieren. Ich gehe von hinten auf den Mann zu. Er sieht mich nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Aber ich habe mich nicht in der Kontrolle. Kehren Sie noch mal zum Restaurant zurück. Aber diesmal, bevor Sie in den Toilettenraum gehen, verstehen Sie mich, Lukas? Weiter zurück. Gescheitert? Was? Nein! Warum? Warum? Sie dürfen auf keinen Fall die Konzentration verlieren. Ich weiß, das war schwer. Entledigen Sie sich aller Gedanken. Versuchen wir es nochmal. Ja, ist okay. Komm. Oh! Let's go. Wo sind Sie jetzt? Wieder im Speisesaal des Restaurants. Sitzen Sie an Ihrem Tisch? Ich... Ja, ich sehe mich dort sitzen. Und was tun Sie, Lukas? Ich esse. Ich esse und lese dabei ein Buch. Ein Buch? Ja. Shakespeare. Der Sturm. Was sehen Sie noch? Wie ich dir vorhin gesagt habe, ich bin einem Tyrannen untertan. Einem Zauberer, der mir durch seine List diese Insel abgetrödelt hat. Wie bitte? Das ist eine Passage aus Shakespeare's Sturm. Das lesen Sie doch gerade, oder? Ja. Jemand kommt auf mich zu. Ein Mann. Wer ist es? Ein Gast? Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Ich sehe sein Gesicht nicht. Und was sagt er zu Ihnen? Ich... Ich... Ich kann mich nicht erinnern. Konzentrieren Sie sich, Lukas. Sie müssen sich erinnern. Eins meiner Lieblingsbücher. Schade, dass heute kaum noch jemand Shakespeare liest. Dürfte ich mich kurz zu Ihnen setzen? Ich... Ah, ja, aber... Der Mann hat sich zu mir gesetzt und... Jetzt kommt die Bedienung. Sir? Kaffee, bitte. Die Bedienung. Sie scheint den Mann nicht zu sehen. Als wäre er unsichtbar. Es wurde schon viel über den Sturm geschrieben. Vor allem aber über das Thema der... Magie. Und jetzt? Was geschieht jetzt, Lukas? Ich... Ich... Ich weiß nicht. Der Mann strahlt eine seltsame Energie aus. Ich kann sie nicht beschreiben. Weiter, Lukas. Was geschieht danach? Glauben Sie an magische Kräfte? Nein, gar nicht. Hören Sie. Welch Irrtum. Dabei enthält unser Universum doch viel mehr, als das, was mit bloßem Auge zu erkennen ist. Ihr Kaffee, Sir. Danke, Kate. Ach, scheiße. Die Bedienung hat ihm den Kaffee serviert, aber sie wendet sich mir zu, als hätte ich ihn bestellt. Sie weiß nicht, dass er dort sitzt. Sie sieht ihn gar nicht. Und was passiert jetzt? Oh, meine Nase juckt. Das passiert. Ich will zwar nicht unhöflich sein, aber ich wäre lieber allein. Ich bin gelähmt. Ich fühle meinen Körper nicht. Und ich kann mich nicht bewegen. Der Mann, Lukas. Wo ist der Mann? Er ist aufgestanden. Und weggegangen. Er ist nun in meinem Kopf und kontrolliert mich. Folgen Sie dem Mann, Lukas, schnell. Ich befehle Ihnen, dem Mann dich zu folgen. Er geht durch die Hintertür. Folgen Sie ihm. Ihre Seele ist mit der Seinen verbunden. Sie sehen alles, was er sieht. Sie kennen diesen Mann, nicht wahr, Agatha? Nein, ich weiß nichts. Ich bin nicht sicher, wie er ist. Doch, Sie wissen, wer es ist. Als Sie die Narben an meinen Armen fühlten, wussten Sie sofort, was los ist. Was bedeuten diese Symbole, Agatha? Was hat der Mann mit mir getan? Gehen Sie jetzt, Lukas. Ich kann nichts weiter für Sie tun. Das war's. Erklären Sie mir wenigstens, was mit mir passiert ist. Er hat mich zum Mörder gemacht. Ich will es wissen. Ich muss es wissen. Ich muss erst einiges überprüfen. Heute kann ich nicht mehr sagen. Kommen Sie morgen wieder, zur gleichen Zeit. Dann weiß ich mehr. Das hat ja was gebracht. Trainingsargen Mitchell, da hinten. Vorletzter Stand. Danke. Ich habe heute wieder was mit Zwiebeln gekocht. Jedes Mal, wenn ich was mit Zwiebeln koche, stinken meine Hände danach nach Zwiebeln. Tagelang noch. Obwohl ich sie mir wasche und alles. Das ist echt komisch. Sergeant Mitchell? Ja. Inspektor Carla Valenti. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen zu einer meiner Untersuchungen stellen? Es ist Ewigkeiten her, dass ich an einer Untersuchung gearbeitet habe. Ich werde Ihnen nicht viel nützen. Es geht um einen alten Fall, aber er interessiert mich. Der Kirstenfall. Weil Sie die Akte nicht finden, habe ich recht. Ja, so ist es. Die Akte ist geheim. Wie wäre es mit ein paar Zielübungen? Okay. Gerne. Die Pistole liegt direkt vor Ihnen. Drücken Sie die Töresten um zu feuern, drücken Sie die Töresten um zum Nachladen. Töten Sie Töresten um Zeit zu gewinnen, aber wenn Sie Töresten drücken, wird Ihnen Zeit abgezogen. Oh. Oh. Wie kann ich noch mal nachladen? Achso. Boah, ich bin gut. Wann ist jetzt Ende? Oh, meine Zeit ist um. Wann? 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 Er war lediglich zur falschen Zeit, vom falschen Ort. Sonst noch irgendwelche interessanten Elemente? Stimmt, da war noch was. Der Mörder hatte sich anschließend mit dem Messer irgendwelche Symbole in die Vorderarme geritzt. Komisches Zeug. Sah aus wie eine Schlange oder sowas. Vielleicht ist er nur ausgerastet. Eine Art kurzer Anfall von Wahnsinn. Nahm ich auch zuerst an, bis ich den Autopsiebericht sah. Jeder Messerstich durchtrennte sauber und präzise eine der zum Herz führenden Arterien. Solche Präzision, oh Mann. Die Chancen dafür standen mindestens 1 zu 1000. Selbst wenn er Chirurg wäre. Nochmal? Warum soll ich denn jetzt nochmal? Warum soll ich denn jetzt nochmal? Okay. Alright. mein gott gerade hatte ich noch einen lauf jetzt habe ich jetzt ein bisschen schlimmer aus es wird immer schneller da war ich ein bisschen langsam mein gott exzellenter schuss sie sind ein naturteil dankeschön sie stellten die untersuchung dann sicher nicht ein oder nein die sache ließ mich nicht los was konnte ihn zu dieser tat bewogen haben ich überprüfte naja jede menge spuren und stieß beinahe zufällig auf ähnliche fälle auf andere täter mit gleichem profil sie meinen wo der mörder auf gleiche weise vorging und den tatort nicht verließ genau drei wochen zuvor war mitten am tag ein anderes opfer grundlos erstochen worden dann entdeckte ich einen dritten fall der zwei monate zurück lag dann noch einen und noch einen und stets dasselbe spiel und die täter wurden stets verhaftet nein entweder begangen sie selbstmord bevor wir eintrafen oder wurden verrückt aber alle ging genau gleich vor sie durchtrennten dem opfer stets die herz arterien ganz akkurat dann retzten sie sich eine schlange in die arme und ihre recherchen im mordfall im supermarkt fanden sie was heraus diesen fall sollten sie lieber aufgeben hier geht es nicht nur um einen mord aber hinter den kulissen wird irgendein falsches spiel gespielt dann lege ich wohl eine neue akte an ich hatte gute arbeit geleistet und alles getan was carla von mir verlangt hatte ein kleines basketballspiel war jetzt genau das richtige um zu relaxen und eine rechnung mit jeffrey zu begleichen wow super outfit jeffrey das hat stil man ich bin echt total beeindruckt alter ok 200 dollar einsatz der der zuerst zehn punkte macht gewinnt und kriegt smoos sind wir uns einig dann sagt er den kräuten schon mal ciao abwarten also dann aber ich muss schluss machen und sage tschüss bis zum nächsten mal ja 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 ja